Rassismus kann ich nicht verstehen, aber ich kann verstehen, dass es Gründe dafür gibt oder woher es kommt. Wir wachsen auf in einem System, in dem Rassismus leider noch nicht komplett entfernt wurde. Wir haben in der Schule, wir haben in unserem Umfeld, wir haben überall rassistische Tendenzen. Und wenn Menschen in ihrem Leben hier und da eine falsche Abzeugung nehmen oder Aggressionen in eine falsche Richtung linken, dann kann das sehr schnell dahin ausatmen, was wir dann letztendlich erfahren haben. Ich glaube, das ist schon ein Problem, was tief liegt, was sich dann in so konkreten Fällen heftig äußert, aber was viele Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einer anderen Hautfarbe als die meisten Deutschen erfahren. Und dafür habe ich ein Stück weit Verständnis, auch wenn das keine Rechtfertigung ist, aber ein Stück weit Verständnis habe ich dafür, ja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!